Musik Möge der weise Gott dich segnen, Robert. Ich bin so schnell wie möglich gekommen. Also das ist dein Plan, Onkel Ruckus? Dann lasst uns mit der Party anfangen. Das wirst du noch bereit, Robert! Einen Teufel aus einem Nigger auszutreiben, ist genauso schwer wie den Gestank aus einem Scheißhaufen zu holen. Wir müssen die Werkzeuge benutzen, die uns der allmächtige weise Gott zum Kampf gegen Nigger gegeben hat. Eine Peitsche, ein Seil, ein Schlagstock, ein Brandeisen. Diese Sachen prügeln einem die Angst in das Niggerherz. Ein Bewerbungsformular. Vermeidet es, mit dem Nigger zu reden. Der Nigger lügt euch an. Der Nigger wird sich entschuldigen. Er wird Wörter benutzen, von denen er die Bedeutung gar nicht weiß. Wenn er richtig verzweifelt ist, wird er anfangen zu rappen oder zu tanzen. Du bist, du bist ein schwanzloses Arschloch, Nigger! Wo ist dein Schwanz? Hier ist eine außerordentlich machtvolle Niggerei am Werke. Wer zum Teufel bist du denn? Nigger, mein Name ist Reverend Vater Onkel Ruckus. Nicht verwandt. Im Namen vom weißen Jesus und all den anderen großartigen weißen Männern, die danach auf Erden waren, befehle ich der Niggerseele, zurück in die Hölle zu gehen. Mehr hast du nicht drauf, Nigger! Oh nein, Nigger, das ist erst die Spitze des Eisberges. Lies das, Nigger, lies! Nein! Nein! Jetzt, Robert, jetzt! Schlag ihm mit irgendetwas! Kommt schon! Jeder macht hier mit! Benutzt eure mächtigen Hände! Lasst uns diesem Nigger den Arsch treten! Wiederholt diesen mächtigen Satz! Nigger, verpiss dich mit deinem schwarzen Arsch! 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 Eure Mütter sind doch auch nur Scheiße! Einige Stunden später hat der Exorzismus von Tom Digua keine sichtbaren Erfolge erzielt. Haben wir ihn ausgetrieben? Solange er noch schwarz ist, atmet. Solange ist der Nigger noch in ihm.